König Argyll, Murtag hat Prinzessin Nevelinia in seiner Gewalt und wird ihr Blut der Bestie opfern. Sie ist unsere Walküre. Ihr Verderben ist unser Verderben. Für sie riskiere ich weder meine Ländereien noch meine Armeen. Und wir werden die Eroberer zerstören! Ihr seid ein Weigling und betet einen Weigengott an. Schau! Langsam, langsam. Der Kampf ist vorbei. Du bist schon mindestens zehnmal tot. Was redest du da? Du hast mich nur einmal getroffen und... Game over, also du bist tot, okay? Nein, ich habe einen magischen Schutzumhang. Er ist verzaubert. Der ist wie eine Rüstung. Nein, du bist tot. Mein Zauberschwert hat dich getötet. Chiri! Du haust schon wieder ab. Und für wie lange gehst du? Bis dann. Ich will nur ein bisschen an die Luft. Bei Tore. Ha, ha, ha! Das ist mein kleiner Wikingerbruder Eric! Er, Leon! Lin, warte! Lin, ich bin los mit dir hin! Sie ist unsere Gefangene. Ich spiel euer Schwachsinnige Spiel nicht mit, klar? Wenn es keinen Spaß macht, verschwinde ich. Bist du sicher? Ach, scheiß drauf! Na los, nehmen wir uns die Kuh vor! Du verfluchter Psychopath! Wo bist du? Hallo? Schluss mit dem Spiel! Ja! 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 Ja!